Hi zusammen, willkommen auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute mal wieder mit ein wenig Praxis. Wir haben nämlich noch nie auf diesem Kanal ein ordentliches Light-Painting-Tutorial gemacht. Ja, und da wollte ich euch mal so ein bisschen einführen in die Anfänger-Skills. Und die könnt ihr dann natürlich noch ausbauen. Wir sind hier wieder an unserem schönen Lost Place, an dieser alten Steinbrücke im Wald. Wer diese Brücke noch nicht kennt, der muss sich das Video am Ende in den Abspannkarten anschauen. Denn hier habe ich auch schon mal ein Objektiv vorgestellt. Und da erzähle ich euch auch die Geschichte hinter der Brücke. Das Kuriose ist, die Brücke ist kürzlich 100 Jahre alt geworden und niemand war da, um es zu feiern. Und das holen wir heute nach. Wir machen heute coole Light-Painting-Bilder und versuchen die Brücke irgendwie kreativ in Szene zu setzen. Und ich verrate euch so ein paar Skills, wie ich das in etwa machen würde. Ich würde euch auch immer empfehlen, wenn ihr an so ein Szenario rangeht, macht euch vielleicht vorher auch einen Kopf. Den habe ich mir jetzt heute weniger gemacht. Mal wieder nicht vorbildlich genug. Aber es macht schon Sinn, sich mal so Skizzen zu machen und zu sagen, welche Figuren will ich denn überhaupt malen? Wie das jetzt geht, das gehen wir jetzt noch kurz durch. Denn jetzt haben wir noch ein bisschen Dämmerung. Gleich wird es stockdunkel sein. Und Light-Painting-Tutorials können wir schwer im Dunkeln machen. Weil dann müsste Mario und mich ständig mit dem Scheinwerfer anleuchten. Danach würde ich nichts mehr sehen. Das bringt nichts. Also müssen wir das jetzt so durchsprechen. Und später bespreche ich mit euch zusammen noch die Bilder. Denn da kann ich euch dann erzählen, wie welcher Effekt mit welchen Taschenlampen-Tool funktioniert hat. Das ist so der Hintergrund. Wichtig ist eben, macht euch ein paar Skizzen, nicht wild drauf losmalen. Weil dann überlagert ihr manche Effekte. Und ein bisschen über Light-Painting-Ethik müssen wir jetzt noch reden. Es gibt nämlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Tja, Künstler kann man ja eigentlich keine Gesetze machen. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt, Light-Painting-Fotos sollten immer mit einer Belichtung entstanden sein. Sonst seid ihr ganz böse. Oder nein, seid ihr natürlich nicht. Aber ansonsten sollte man es halt dazu schreiben, wenn es ein Mehrfach-Belichtungs-Composing ist. Denn das geht ja wirklich sehr, sehr einfach. Ich kann ja mit Licht eine Blume malen. Dann male ich mit Licht irgendwie so einen Feuerring. Und dann kann ich die in Photoshop einfach zusammenpacken mit der Ebenen-Methode aufhellen. Und dann sieht das aus, als hätte ich das in einer Belichtung gemacht. Und so kann man sich auch kreativ helfen. Und das ist auch nicht verboten. Was wir heute aber versuchen, ist die Brücke mit einer Belichtung in Szene zu setzen. Und da, ihr ahnt es schon, brauchen wir eine Langzeit-Belichtung. Die erreiche ich hier mit einem Fernauslöser. Weil ich habe jetzt hier die Sony A7 IV. Die kann maximal eben 30 Sekunden auslösen. Und das ist für ein bisschen Rummalen gar nicht mal so viel. 30 Sekunden reichen, um irgendwie was mit dem Lichtschwert zu malen. Und eine Blume dazu und ein paar Blitze. Das reicht. Muss man sich aber schon sehr beeilen. Ich möchte mich aber heute nicht beeilen müssen. Deswegen nehme ich heute hier meine Lieblingsfernauslöser. Den LR Pro Timer III vom Gunter Wegner. Das ist ja so der beste Fernauslöser auf dem Markt. Aber ihr könnt natürlich auch einen ganz, ganz einfachen nehmen. Und den stelle ich auf zwei Minuten ungefähr. Wir verwenden eine Blende 9. Ich habe hier heute ein spezielles Objektiv mitgenommen. Das ist nämlich das Zeiss Loxia 21mm, welches weltberühmt ist für seine krassen Sonnensterne, Blendensterne, die das Objektiv kann. Und ich möchte so ein paar Blendensternen ins Bild blitzen lassen. Und da möchte ich mal gucken, wie cool das aussieht mit dem Loxia. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Ich blende euch das Bild mal ein. Hier mit dem Sigma 50mm F1 hier mit dem Nagel 9. Das hat auch einen super Blitzstern gehabt mit 22 Strahlen. Und das Loxia hat aber an dieser Stelle viel, viel weniger und hat mehr so einen Spikesstern. Und das finde ich eben sehr, sehr schön. Und das wollen wir heute mal ausprobieren. Okay, ich würde euch sagen, ich stelle euch jetzt mal ganz kurz meine Taschenlampen vor, damit ihr wisst, mit was ich so male. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, reden wir mal über die Ausstattung, über das Equipment, das ich verwende. Welche Taschenlampen verwende ich denn jetzt hier für das Light Painting? Ich habe ja auch immer gesagt, Nightcore finde ich ganz toll, aber mittlerweile finde ich LED Lancer eigentlich noch ein bisschen besser. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass sie einen deutschen Kundenservice haben, dass sie noch 130 Mitarbeiter roundabout in Deutschland haben. Und natürlich lassen die auch wie jede andere Taschenlampenfirma in China produzieren, aber immerhin haben die ein deutsches QS, ein deutsches Produktmanagement, einen deutschen Kundendienst. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Außerdem haben wir hier sieben Jahre Garantie, wenn ihr die Taschenlampen registriert. Ihr könnt gerne unten mal auf den Link klicken, da kommt ihr zu den Modellen. Die habe ich euch alle verlinkt. Okay, also reden wir mal kurz über die Lampen. Ich habe hier eine sehr, sehr starke von LED Lancer. Die haben übrigens auch alle Akku, kann man alle super mit USB aufladen, teilweise auch so magnetische Docking-USB-Möglichkeiten. Also das ist sehr, sehr cool. Aber was ich bei LED Lancer besonders feiere, ist die Möglichkeit, dass egal welche Lampe, also fast jede Lampe, vor allem die ich jetzt hier habe, haben diesen patentierten Zoom. Ja, das heißt, wir können fokussieren. Also zoomen ist natürlich das falsche Wort. Wir können den Lichtstrahl bündeln. Ich weiß nicht, ich möchte euch nicht blenden. Ich kann den jetzt hier fokussieren. Ja, ich leuchte mal kurz rein. Hush. Ja, ich muss ein bisschen... So, jetzt kann ich den breitstellen und ihr seht, jetzt haben wir ein anderes Verhalten. Also das ist Flut und so kann ich zoomen. Ja, geht butterweich, alles Metall natürlich, super qualitatives Zeug. Und diese Lampe verwende ich, um in der Tiefe auszuleuchten, großflächige Dinge auszuleuchten. Vielleicht mal einen Berg, der vielleicht noch in 500 Meter Entfernung ist, kurz anzuleuchten, damit der noch hell ist. Auch bei Milchstraßenfotos sehr interessant, nehme ich sehr, sehr gerne. Gibt es auch Farbkappen dafür, kann man sich auch was basteln. Und ich habe hier die Work Edition, die gibt es natürlich auch aus Signature. Work bedeutet einfach, dass hier noch so ein Gummirand drum ist. Und Signature wäre aber so die höchste Ausstattungsgüte. Hat aber nichts mit der Funktion oder mit den Lampen oder den LEDs zu tun. Und da habe ich hier eine ganz besondere, und zwar ist das die P7R Signature. Die will ich noch verschenken. Jetzt habe ich sie aber noch. Und übrigens cool, ich habe hier meinen Namen eingravieren lassen. Das machen die kostenlos. Also wenn ihr da eine Taschenlampe kauft, könnt ihr ausfüllen, wie Hans-Peter schreibt er da hin. Und dann wird das hier draufgeschrieben. Und das hat nicht mehr was gekostet. Fand ich sehr cool. Das hier ist so das Premium-Modell von LED Lens. Und zwar ist das die P7R in der Signature-Variante. Also in der höchsten Güte. Ihr könnt die auch in der Work Edition kaufen. Das ist alles das Gleiche. Es geht nur um so ein paar Feinheiten. Aber besonders cool finde ich, dass die hier unten, wenn ich einmal drücke, noch mal so eine rote LED hat. Und das ist natürlich für uns Milchstraßenfotografen super interessant. Für alle Sternfotografen, die nachts unterwegs sind, weil die Augenadaption sich bei Rotlicht natürlich nicht verändert. Das brauchen wir. Das ist Pflicht. Aber zum Malen ist das jetzt schön. Aber nämlich andere Sachen. Könnte man auch zum Malen verwenden. Aber das Schöne ist, wir haben hier auch so ein Drehring, wo wir halt alle möglichen Modi durchschalten können. Und wir können die Lampe sogar programmieren. Also ich habe hier dieses Abwehr übrigens besser wie Pfefferspray, weil das hilft auch gegen Betrunkene. Pfefferspray ist meistens bei Betrunkenen nicht mehr hilfreich. Aber der Stratoskop-Blitz schon. Dann SOS habe ich mir hierhin programmiert. Also die kann man total frei programmieren. Das ist echt eine starke Sache. Und dann wie gesagt, besonders schön hier mit dem Rotlicht. Leider gebe ich die aber demnächst ab, weil ich die als Geschenk für jemanden gedacht habe. Okay, bin ich aber so ein bisschen neidisch drauf. Hätte ich auch gerne. Zum Malen nehme ich sehr gerne die hier. Das ist die, wie heißt sie nochmal? P6R Core QC. Also Quattro Color. Und das ist natürlich, was der Name euch schon verrät, ist natürlich übrigens alle fokussierbar. Also wenn ich euch jetzt so fokussiere, seht ihr sofort. Wupp, anderes Verhalten. Quattro Color bedeutet, ich drehe hier einfach im Ring. Und dann habe ich hier Grün. Das brauchen die Jäger. Ja, weil Rewe zum Beispiel sieht Grün nicht. Aber ich brauche es zum Malen. Ist doch klar. Dann kann ich direkt beim Malen auf die Farbe Grün wechseln. Oder auf die Farbe Blau. Das brauchen wieder so Spurensicherer, die nach irgendwelchen Flüssigkeiten suchen. Das sind bei Blau besser sichtbar. Und ich brauche es natürlich zum Lightbänden. Und dann haben wir natürlich noch Weiß und wieder Rot. Das ist die Quattro Color. Ein Must-Have für jeden Lightpainter. Einmal drücken ist sie wieder aus. Vier verschiedene Helligkeitsstufen. Natürlich Strottoskop-Effekt. Sehr cool für Lightpainting. Denn der ballert alle Farben durch. Also wenn ihr da mal Selbstverteidigung machen müsst. Das seht ihr gar nicht. Das flackert schneller, als jetzt der Shutter der Kamera mitkommt. Also das macht euch verrückt. Also wenn ihr da jemanden blendet, der euch angreifen will. Das ist perfekt. Weil der kriegt gleich die volle Dröhnung mit allen vier Farben mit aller Helligkeit ins Gesicht. Dann sehr wichtig. Einen Pen. Also eine ganz kleine Taschenlampe. P4R Core heißt die. Wie gesagt, verlinke ich euch unten alle. Auch fokussierbar. Total stark. Und ich kann die nur so halb andrücken. Die wird auch jedes Mal heller. Oder ich drücke sie ganz durch. Dann rastet sie auch ein und bleibt an. Und dann kann ich das natürlich auch nochmal fokussieren. Ich sehe das jetzt auch. Sein anderes Verhalten als gerade. Also auch sehr cool. Und damit male ich gerne die filigranen Sachen. Auch sehr cool und wichtig vor allem. Und natürlich als Landschafts- und Nachtfotograf unablässig eine Stirnlampe. Da habe ich mir mittlerweile die MH8. Bisher hatte ich ja immer eine von Nightcore. Aber da habe ich mir jetzt mal die MH8 gegönnt. Und ja, auch wasserabweisend, wasserdicht. Dann hier rote LED. Vier Farben übrigens. Hochinteressant. Genauso vier Farben wie die. Ich kann blau, grün und weiß noch einschalten. Aber auch rot. Sehr wichtig. Und ganz wichtig für Sternenfotografen. Aber auch für Lightpainter natürlich. Übrigens, dieses Bild habe ich mit der Stirnlampe gemalt. Das, was ihr jetzt hier eingeblendet seht in Rotenburg. Diese Blume habe ich nur mit der Stirnlampe gemalt. Ist ein bisschen umständlich umzuschalten, weil man immer lang halten muss. Aber es geht. Ihr seht es ja an den Fotos. Es hat funktioniert. Und jetzt kommt der erste Clou. Sie ist direkt auf rot einschaltbar. Weil sie lässt das gespeichert. Das ist schon mal wichtig. Weil es wäre total bescheuert, nachts bei Milchstraßenfotografie einzuschalten. Und bumm, haben wir erst mal weiß. Das wäre Blödsinn. Und was besonders cool ist. Auch sie ist in der Hauptlinse fokussierbar. Das ist natürlich besonders stark. Ihr könnt hier diese Linse natürlich auch in allen Helligkeitsstufen. Aber die können wir auch fokussieren. Und das ist natürlich besonders cool. Denn damit können wir dann mit einer sehr geringen Lichtstärke zoomen. Oder fokussieren und haben dann einen sehr hellen Punktstrahl. Der uns den Weg leuchtet, aber mit der kleinsten Energie. Dementsprechend total cool, dass die LED-Lancer alle fokussierbar sind. Ja, das sind so die Lampen, die ich verwende. Und sehr gerne verwende. Wie gesagt, die werde ich demnächst leider noch wegschenken. Vielleicht. Das ist aber auch die teuerste Ausstattung. Kostet 170 Euro. Gibt es aber auch als normale Variante mit, wo sie halt eine andere Lackierung hat. Dann wird sie dann viel günstiger. Kann aber das gleiche im Prinzip. Also das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber ich achte mal darauf, ob die anderen auch diese rote LED haben. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Hier übrigens auch dieses magnetische Ladesystem. Klackt man einfach dieses Teil hin und dann den USB und dann lädt das. Und ja, das ist wie gesagt das, was ich dazu verwende. Lampen sind natürlich nur das eine. Skills zu haben, ist nochmal das andere. Das heißt, ich habe hier ein Kinderlichtschwert, was man so von Star Wars kaufen kann auf Amazon. Das kann ich euch unten alles auch nochmal in der Beschreibung verlinken, was ich da verwende. Und hier habe ich mir einfach mit Schaumstoff und ein bisschen Panzertape eine Muffe gebaut, dass ich dort meine mehrfarbige Lampe reinstecken kann. Und dann kann ich halt sehr, sehr coole Kreise machen. Ich kann Kugeln machen und ich kann so ein Schwertfechten im Bild machen. Ich kann Blumen malen, wenn ich geschickt bin. Denn all das ist, also ein Lichtschwert ist, das braucht fast jeder Light Painter, weil es halt auch so cool kompakt ist und in jeden Rucksack reinpasst. Was ich aber auch noch dabei habe, das habe ich euch nämlich gerade nicht vorgestellt, ist mein Lichtstick. Denn ein Lichtstick, den kann ich in allen erdenklichen Farben einstellen, kann ich bequem an- und ausmachen. Und dann habe ich halt auch gerade so begehrte Farben, weil ich möchte heute nicht mit Farbfolien arbeiten. Ich möchte die anderen begehrten Farben einfach mit dem Lichtstick schnell machen. Und zwar wäre das zum Beispiel Gelb, Orange fehlt uns so ein bisschen bei solchen Taschenlampen. Es fehlt uns ein Lila, ein Pink. All das geht natürlich mit so einem RGB-Lichtstick. Und der hier ist halt, ihr habt es gesehen, auch magnetisch mega cool. Ihr habt die ja sowieso, die habe ich ja vier Stück immer im Hintergrund in meinem Studio stehen. Und dementsprechend habe ich die heute auch dabei. Und wir schauen mal, was wir damit malen. Ausrüstungstechnisch habe ich, wie gesagt, die A7 IVs Zeiss Loxe 21 Fernauslöser und mein Olanzi-Stativ. Stativ ist jetzt völlig egal, es sollte halbwegs stabil sein. Wind haben wir sowieso keinen. Also könnt ihr auch ein federleichtes Stativ nehmen. Das ist dann eben nicht so wichtig. Die Kamera lösen wir über den Fernauslöser aus. Und wichtig dazu ist natürlich, dass ihr in dem Balb-Modus steht. Also wenn ihr 30 Sekunden habt mit der Belichtungszeit oder eine Minute, je nachdem, was eure Kamera schafft, und ihr dann eins länger geht, dann seid ihr im Balb-Modus. Und der bedeutet, er löst so lange aus, wie der Fernauslöser ihm das befiehlt. Ja, so ist erstmal die Herangehensweise. Stabilisator schalte ich in der Kamera aus, denn eine Langzeitbelichtung verwackelt uns mit dem schwimmenden Sensor gern mal auch das Bild. Ganz wichtig beim Light-Painting ist es auch nicht, dass es nur dunkel ist, denn ihr könnt auch zur blauen Stunde ganz coole Light-Paintings machen, sondern dass gerade eure Kleidung auch dunkel ist, denn ihr wollt euch ja meistens nicht mitbelichten. Das heißt, es macht Sinn. Ihr seht das an meiner Mütze, das weiße Eisbär habe ich nach hinten gedreht. Denn wenn ich mit Licht rumfuchtel, dann kann es halt sein, dass das weiße Eisbär dann weiß leuchtet. Und dann habt ihr hier so eben Unreinheiten, sag ich mal, im Bild. Ebenso das Gesicht ist ja sehr, sehr hell. Dazu verwende ich dann hier einfach so einen Schlauchschal, den ich mir hochziehe. Können dann natürlich auch irgendwelche Bankräubermasken verwenden, wo vielleicht nur noch die Augen rausschauen. Aber vermeidet, wie gesagt, irgendwelche helle Kleidung anzuhaben, irgendwelche weißen Lichtreflexe zu haben. Vermeiden kann auch ich das nicht komplett, weil ich einfach das nicht jeden Tag mache. Da müsst ihr dann schon zu so Light-Painting-Profis wie dem Zolak zum Beispiel schauen, der das wirklich ausschließlich macht. Und die haben natürlich die besten Skills. Der verwendet übrigens auch so coole Light-Blades. Das heißt, ihr schneidet einfach aus Plexiglas irgendeine Form aus. Und das könnt ihr dann auch mit der Taschenlampe anblitzen. Zum Beispiel ein schönes Blatt mit der Blattader. Das kann man sich da reinfräsen. Und das muss ich mir unbedingt auch mal machen. Dann könnt ihr nämlich einen Blumenstiel mal und könnt richtig coole Blätter hinblitzen. Und nicht nur irgendwie so, wie ich es immer mache, solche Ringblätter. Aber wir müssen uns jetzt sputen, es ist schon fast dunkel. A7S III hat die Marion Tapfer in der Hand, ist ganz schön schwer. Und die kann ja mit der ISO sehr weit hoch. Deswegen seht ihr mich noch taghell. Aber es ist hier schon ziemlich dunkel. Und wir machen uns jetzt mal auf unten. Und wir sehen uns jetzt dann am Rechner. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, was wichtig ist, erkläre ich es euch jetzt bei der Bildbetrachtung. Auf geht's! Ja, das hier ist die erste Komposition, die wir im Wald gemacht haben. Wir haben hier eine Belichtungszeit von 121 Sekunden, also knapp zwei Minuten. Und man sieht, dass diese Dämmerung hier den Himmel noch schön hell macht. Das ist eigentlich soweit kein Schaden und sehr schön. Ich hatte das Bild so mir vorher zurecht geplant, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte hier mit Komplementärfarben arbeiten. Ich möchte den Bach mit der blauen Taschenlampe blau ausmalen und den Hintergrund in den Bäumen. Und die Steine der Brücke habe ich dann mit dem Lichtstick in einen Orange getaucht, weil Orange oder Gelb sind ja immer so Farben, die mit Taschenlampen auch schwierig zu erreichen sind, seitdem wir haben so Farbaufsätze. Und das mache ich gerne mit dem Lichtstick. Und ihr seht, das ist wirklich ein schönes, komplementäres Ergebnis geworden, mit gegenüberliegenden Farben vom Farbkreis her gesehen. Und ich habe Marion mal gefragt, für sie ist das tatsächlich ihr Lieblingsbild, weil ihr werdet gleich bei den anderen Bildern sehen, die sind viel zu aufgeregt, viel zu kitschig. Das hier ist zwar auch kitschig, aber es wirkt ruhiger. Aber die Sterne habe ich dann mit der kleinen Stiftlampe geblitzt, also jeweils kurz in das Objektiv blitzen. Dann erreicht ihr hier solche Sternchen. Also das ist eins der schöneren Ergebnisse, weil es eine gewisse Ruhe hat und nicht zu viel in der Mitte gemalt wurde. Wichtig dabei ist, dass wenn ihr euch bewegt, dass ihr zum Beispiel mit dem Lichtstick den vor euch haltet und ihn mit der schwarzen Jacke abschirmt. Denn wenn ich den leicht zur Seite drehe, dann würde man sofort hier einen gelben Strich im Bild sehen. Und das darf eben nicht passieren. Hier eben immer schön den Stick so halten, dass ihr nicht mit dem Stick ins Bild malt, sondern nur die passive Abstrahlung der Lampe wirken lasst. Ja, dann habe ich hier gleich im Anschluss die gleiche Variation noch mit einem Feuerkreis in der Mitte gemacht. Das sind, wie gesagt, einfach mal ausprobiert. Übrigens, die Location war der Horror für Lichtmalerei. Also wenn ihr Licht malen wollt, geht auf jeden Fall erstmal auf die Straße, denn diese Location war der absolute Horror. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich mit der orangenen Lampe rumgeleuchtet habe, die muss ich ja dann wieder ausschalten, um meine Position zu verändern, um dann anschließend mit dem blauen Licht den Fluss auszumalen und den Hintergrund auszumalen. Und da ist Stolpern vorprogrammiert. Ihr habt ständig einen Ast oder Dornen im Gesicht. Ihr habt ständig, fallt ihr fast hin. Einmal hat es mich wirklich hingehauen. Und also das ist wirklich die Location, die absoluter blanker Horror ist, weil ich darf ja nicht die Lampe einschalten. Auch keine rote Stirnleuchte, weil sonst hättet ihr jetzt hier eine rote Spur. Das darf absolut nicht sein. Und somit müsst ihr das so planen, dass ihr euch da blind bewegen könnt. Und ihr seht, ich habe jetzt hier so ein Partyfeuerwerk angezündet. Im Nachgang ist uns dann eingefallen, das ist, glaube ich, gar nicht erlaubt. Also bitte kein Feuerwerk im Wald. Es ist ja schon hier so ein bisschen Waldbereich. Ich habe das jetzt hier nicht so kritisch gesehen, weil alles von Frost bedeckt war und wir Wasser da auch hatten. Der Bach fließt ja da durch. Und ich habe ja dieses Feuerwerk jetzt hier an der Stelle wenigstens nur unter der Brücke gemacht. Ihr seht dann später noch ein Bild, wo ich eine Spur in den Vordergrund gemalt habe. Und danach ist uns eigentlich eingefallen, dass das wahrscheinlich sogar gar nicht erlaubt ist. Also bitte kein Feuerwerk im Wald machen. Das macht er dann lieber einfach auf der Straße. In dem Fall wieder einfach Lichtstick verwendet, orange die Brücke ausgemalt. Der Feuerschweif hat dann innen den inneren Bogen ausgemalt. Dann wieder ein bisschen ins Objektiv geblitzt. Das hätten wir uns jetzt bei dem Bild vielleicht auch sparen können. Da sind die Sterne auch nicht so schön geworden, weil ich ein bisschen nah rangegangen bin. Und ja, ansonsten den Fluss wieder, also den Bach wieder blau nachgemalt. Und das ist das Bild schon gewesen. So, hier wieder eine andere Komposition. Hier haben wir mit dem Lichtstick die Brücke in Pink bemalt, weil das auch eine Farbe ist, die man nicht so einfach erreicht. Witzig zu sehen ist dann auch, ich habe dann mit dem Lichtschwert so einen nicht schön gelungenen Kreis gemalt und habe dann mit dem Lichtschwert viermal in Rot geblitzt. Witzig zu sehen ist, links und rechts, also 3 Uhr und 9 Uhr, habe ich perfekt gerade hingekriegt beim Blitzen. Und oben und unten, 12 Uhr, 6 Uhr, ist dann überhaupt nichts geworden. Aber witzig zu sehen ist, dass sich hier das Licht mischt in dem Bogen, denn hier wird es lila, denn einmal male ich ja mit Blau, dann mit Rot und das Pink vom Malen wirkt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen hier rein, weil ich nicht sauber gemalt habe. Und dann haben wir hier keinen blauen Bogen, so wie es eigentlich geplant war, sondern eigentlich mehr einen lilafarbenen Bogen. Dann habe ich im Hintergrund mit der starken weißen Flutlichtlampe alles ausgemalt. Ich denke, im Nachgang hätte ich mir das sparen können, weil dann wäre der blaue Kreis und die Lichtblitze noch ein bisschen schöner geworden. Und ihr seht, die Dämmerung tritt langsam oben ein, es wird ziemlich dunkel. Vorne habe ich noch mit der grünen Lampe gemalt, weil sonst wäre das alles in schwarz abgesoffen. Und ja, es ist ein ganz nettes Bild geworden, aber gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbildern. Hier haben wir so ein bisschen eine Blume gemalt, das ist auch nicht so gut geworden. Also zuerst mal natürlich mit dem Lichtstick alles in blau ausgemalt. Also ihr merkt auch, der Lichtstick leuchtet ganz anders als die Taschenlampe, die ist wesentlich intensiver. Der Lichtstick ist hier einfach flächiger, kann man schönere Flächen ausmalen. Und ihr seht, ich habe dann mit dem Lichtschwert einen Blütenkopf versucht zu machen und mit der grünen Taschenlampe habe ich eine Blume dahin gekritzelt. Das Bild wäre viel, viel schöner geworden, wenn ich die Blume da hinten auf die erste Insel gemalt hätte. Da wäre die richtige Stelle dafür gewesen. Und an solchen Bildern lernt man halt dann auch immer so ein bisschen, wie man es das nächste Mal besser macht. Ja, das ist hier jetzt wieder mit dem Feuerschweif, von dem ich gesprochen habe. Wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Das hätten wir uns sparen können hier im Wald. Wir haben die dann aber auch gut abgelöscht und wieder mit nach Hause genommen. Natürlich, wir lassen ja da keinen Müll liegen. Und ja, hier habe ich mit dem roten Lichtschwert, also das Lichtschwert einfach auf rot geschalten, ein bisschen durchgemalt und die Brücke wieder flächig mit dem Lichtstick beleuchtet. Schön an dem Bild ist, dass ich mir diesmal gespart habe, den Hintergrund auszumalen. Das wirkt jetzt besser. Aber ihr seht, das ist nicht geplant genug. Es wirkt zu willkürlich. Und somit ist das auch nicht mein Lieblingsbild. Das Bild finde ich ein bisschen schöner. Die Marion hat richtigerweise sofort gesagt, den blauen Kreis hättest du dir sparen können. Muss ich ja absolut recht geben. Allein diese schönen Sternchen und die Brücke komplementär pink zu grün hätte völlig ausgereicht, um hier ein schönes Bild zu machen. Manchmal macht man einfach, oder bei mir ist es meistens so, meistens mache ich viel zu viel. Also den blauen Ring, der auch nicht besonders schön geworden ist, hätten wir uns hier definitiv sparen können. Ansonsten wieder einfach mit dem Lichtstick die Brücke bemalt. Innen pink mischt sich wieder der blaue Ball mit dem Orange, denn ich habe die ganze Brücke eigentlich orange ausgemalt. Und umso schöner setzt sich dann auch der Bogen ab, weil es einfach eine andere Farbe ist. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und ich finde komplementär das Grün im Vordergrund nicht so schlecht. Aber wie gesagt, der Ring. Ist überflüssig. So, das ist schon ein Bild, das besser gelungen ist. Das ist so Platz 2 von meinen Lieblingsbildern. Hier 136 Sekunden, knapp über 2 Minuten belichtet, dass man sich auch schön Zeit lassen kann. Hier habe ich einfach Marion hingestellt und habe sie mit der dünnen Stablampe, also mit der Stiftlampe ummalt. Taschenlampe ist nicht so gut geworden. Die wollte ich ein bisschen schöner, dass man die deutlicher erkennt, dass es ein bisschen gepatzt. Und dann hat sie eben mit dem sehr hellen Flutlicht Richtung Brücke geleuchtet. Das sieht meiner Meinung nach ganz cool aus. Es gibt eine schöne Spiegelung im Wasser. Wir haben links an die Brücke einen Lichtstick gestellt. Das sieht man auch, weil die Brücke hier einen überbelichteten Fleck hat. Der ist zum Beispiel bei den anderen Bildern, wo ich selber ausmale, nicht vorhanden, weil ich eben hier mit dem Lichtstick selber rummale und er da nicht eben die 2 Minuten auf eine Stelle einwirkt. Das sieht man hier deutlich, dass hier das der Fall ist. Und einen zweiten pinken Lichtstick haben wir in den Hintergrund hinter einen Baumstumpf gestellt und haben ihn hinten in den Wald leuchten lassen. Der wirkt wiederum gleichmäßiger, weil eben hier liegt, beim blauen Lichtstick liegt, einfach ist die Brücke viel zu nah. Und das sieht man auch. Ja, anschließend noch mit dem Stablicht so ein paar Blitze reingeblitzt. Und da muss man natürlich auch immer sagen, ja, war das gut, war das nicht gut. Das ist halt am Ende des Tages auch immer Geschmackssache. Dieses Bild finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Aber auch hier hat Marion absolut richtig sofort gesagt, du hättest dir die Kugel mal wieder sparen können. Das Einzige Schöne, was die Kugel macht, ist halt das Licht auf der Brücke. Das finde ich schön mit dem komplementären Orange und Blau. Wunderschön. Aber die Kugel an sich ist gar nicht so toll. Und das Einzige, was sie vielleicht noch positiv wirkt, ist die Spiegelung vorne, dass der Bach auch blau noch wird. Ansonsten habe ich dann nur hier einen festen Lichtstick hingelegt. Den habe ich nicht umhergetragen. Und der zweite Lichtstick, die sind beide auf orange eingestellt, der leuchtet hinten in den Hintergrund. Und das gibt so eine schöne Spiegelung hier auf dem Wasser auch. Und dann habe ich am Ende, weil ich mir dachte, ja, die Belichtung läuft dann auch hier. Die haben wir diesmal nur eineinhalb Minuten laufen lassen. Läuft noch ein bisschen. Also habe ich natürlich noch vorne mit Grün ein bisschen rumgemalt. Und ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich habe Bilder gehabt, da habe ich vorne nichts reingemalt. Und dann ist das schon sehr, sehr schwarz im Vordergrund. Von daher, soweit ganz cool. Habe ich die Tiefe noch ein bisschen angezogen. Und überhaupt, das ist ja echt eine sehr, sehr krasse Bildqualität. Hier oben könnt ihr auch lesen, Brücke wurde 1922, 1923 erbaut. Also hier jetzt exakt 100 Jahre alt. Und wir feiern hier ihren Geburtstag gebührend. Ja, das waren alle Bilder. Mir hat es gefallen, euch das zu zeigen. Wie gesagt, Favoritenbild ist das hier so ein bisschen. Aber auch das mit Marien finde ich ganz cool. Das hier mit der Taschenlampe. Und das hier mit dem Ball finde ich auch nicht so schlecht. Einfach weil die Farbgebung sehr, sehr schön gelungen ist mit dem komplementären Orange-Blau. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Euch noch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.